Wir haben Eintrittskorrespondenzbarte, das heißt... Wir hatten hier natürlich SWR und sonst nicht. Herr Hansen, es war ein Spiegelzahn. Herr Herzl und die anderen waren böse. Wie können Sie das? Ja. Wir haben hier einen Aufheben an Längsrufe. Nur die weiter südlich gelegten Regionen im Ober- und Süditalien bügten auf die staufischen Kaiser eine vergleichbare Anziehung. Hier geht's... Ich habe hier eine zu... ...kann ich mich mit dem sich, das ist erst ein Gebärdensprach einer Sattelgeverschmacht. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.